Spare Ribs, die nach Döner schmecken? Wie krank ist das denn? Lammrippchen. Halal, Bruder. Dönergewürze. Massieren und zeig den Rippchen Liebe und Respekt. Mit alle Folie verhüten. Ein heißer Loch bei 160 Grad für die Glasur. Zwiebel und Knoblauch. Anschwitzen. Paprikamack und Sriracha. Granatapfel und Ahornsirup. Zum Schluss Cola und köcheln lassen. Mixen, Pissab. Wie das riecht, Maschallah. Pinsel die Rippchen feucht. 15 Minuten ins heiße Loch. Das ist einfach nur Endboss.